Musik 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 Also wenn das stimmt Dann präge Das gefällt mir nicht Enkel von einem Leibeigenen Ist das eigentlich was Leges, dass Opa Leibeigener wäre? Nee, natürlich nicht Das Ehepaar Quartmann hatte ursprünglich elf Kinder. Davon sind drei kurz nach der Geburt gestorben Ich habe beim Großherzog Nikolaus Friedrich Peter um eine Förderung von Johann nachgesucht Musik 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 Das ist Zeit für ein Pfiff. Weißt du, wo die Wänen sind? Nein, weiß ich nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Weißt du, da kann ich hinterher spielen, weil die Finger weg sind. Was machst du doch? Ich mach Goldnörgels. Auf das nächste Haus werde ich noch nörgeln können. Groß. Und dann, dass ich. Ich leufe, ich bin halber dicker geworden. Ich leufe, ich bin halber dicker geworden. Vielen Dank.